servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal an dieser stelle mit einem kleinen tipp für euch wie ihr zu beginn der vierten season am effektivsten mythisch plus farmt vorausgesetzt ihr wollt ein bisschen mehr also das ganze richtet sich jetzt nicht an leute die zweier dreier keys gehen sondern welche keystone stufe ist gerade im effizientesten um sage ich mal das beste gear rauszuholen für die aktuellen möglichkeiten sofern man nicht sofort 10er keys pushen möchte das wollen wir uns in diesem video anschauen und ich würde sagen wir starten auch direkt los wenn ich euch mit dem tipp helfen konnte oder kann sehr gerne ein abo dalassen und damit geht es los grundsätzlich ist die stufe natürlich ihr könnt wenn ihr das schafft 8er 9er 10er keys rennen so viel ihr wollt oder noch höher wenn ihr darauf bock drauf habt schreibt euch keiner vor und ich möchte euch damit nicht ausreden dieses zu tun weil letzten endes 10er keys sind natürlich insofern nützlich dass ihr am ende in der volt ein garantiertes 522 item rauskommt welches sich auf 528 aufwerten lässt die sind aber teilweise noch relativ schwierig vor allem mit dem aktuellen gear was man noch hat also da ist man jetzt noch nicht so gesegnet mit über krassen ponagier dementsprechend lohnt es sich eventuell ein paar stufen niedriger anzusetzen und zwar ist die empfehlung der wahl keystone level sieben das hat zwei gründe zum einen oder zweieinhalb sagen wir es mal so ihr werdet höchstwahrscheinlich über die keystones die erste hälfte des gesplitterten funken dieser season bekommen achtet darauf dass ihr trotzdem dieses ein letztes hurra drachen inseln abschließt um einen funken zu bekommen wichtig um noch besser an gear zu kommen das ist relativ einfach das ist so schritt anderthalb oder ein halb würde ich mal behaupten das ist durchaus wichtig um effektiver voranzukommen wieso wollt ihr aber jetzt 7er keys laufen zum einen bekommt ihr ihr habt es gesehen ich bin bislang nur 6er keys gelaufen aber ihr bekommt bereits ab 6er keys erweckte wappen des aspekts und das sind die dinge die ihr braucht um mythisches gear zu upgraden also ich habe jetzt zum beispiel hier eine brust oder die tset brust mit mythos 1 von 4 und dafür bräuchte ich jetzt um das auf 528 zu pushen die erweckten wappen des aspekts und halt flugsteine und natürlich brauche ich diese erweckte wappen des aspekts um mir mein 525er item in dieser woche craften zu können also das ist der grund weswegen ihr mindestens 6er keys gehen wollt weil da die aspekt token droppen und ihr damit dann eure items aufwerten könnt 7er keys sind aber noch mal ein ticken besser wieso das ist relativ leicht ersichtlich und ich hoffe ich kann euch das anhand der gildengeschichte hier zeigen hier haben wir schon zulren hat ein solches item erbeutet auf 6er keys droppt 502 item level mit dem upgrade pfad champion 4 von 8 das heißt diese items auf plus 6 gehen bis maximal item level 516 der vorteile dieser 7er keys ist aber er hat hier diesen aufwertungspfad hält 1 von 6 drauf und das heißt die items aus 7er keys könnt ihr bis zum maximum für items aus mythisch plus runs auf 522 aufwerten also natürlich es geht bis 528 das geht aber nur mit items aus der volt bei mythisch plus items ist es egal ob die aus einem 7er oder aus dem 10er oder einem 15er key sind die gehen bis maximal nach ende eines runs auf 522 und dementsprechend habt ihr mit stufe 7 quasi schon den maximalen upgrade pfad freigeschaltet auf dem item welchen ihr haben wollt natürlich wenn ihr 8er keys rein kriegt oder 9er keys haben die items eine möglichkeit dann anstatt 506 wie hier 509 zu sein und ihr spart euch dann einmal wappen und flugsteine aber das wichtige ist halt an der stelle ihr habt diesen upgrade pfad den ihr haben wollt um die items bestmöglich aufzuwerten und ich würde euch empfehlen das noch als letzten tipp wertet der katalysator ist ja schon frei wertet nichts um was die stufe champion hat also also wenn ihr hc rated unter und oder mythisch sogar und euch höhere keys zutraut wertet kein champion gear um das ist zu wenig es sollte mindestens den upgrade pfad hält haben weil dann könnt ihr das t teil am ende auf 522 aufwerten und das ist dann doch nochmal eine ecke besser als 516 in diesem sinne ich hoffe ich konnte das ganze halbwegs verständlich erläutern und euch den ein oder anderen tipp geben danke fürs zusehen bis zum nächsten video viel spaß beim emplussen und damit reingehauen reingehauen